Ja, hallo? Hallo? Ich kann sie leider ganz schlecht verstehen. Können Sie das nochmal wiederholen? Was? Hallo? So hat das ja keinen Sinn. Kämpfst du auch manchmal mit schlechten Empfang bei Anrufen auf deinem iPhone? Du bist dem nicht hilflos ausgeliefert, denn du kannst etwas dagegen tun. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für besseren Mobilfunkempfang zeige ich dir in diesem kurzen Video. Vorab der Hinweis, wo überhaupt keine Netzabdeckung besteht, kannst du natürlich auch keine herbeizaubern. Aber du kannst dafür sorgen, dass du eine bestehende Mobilfunkverbindung verbesserst. Und das geht so. Zunächst gehst du in deinen iPhone-Einstellungen zum Menüpunkt Telefon und hier unter dem Punkt Anrufe zu WLAN-Anrufe. Ich habe zwei SIM in meinem iPhone, eine eSIM und eine physische. Daher muss ich jeweils noch wählen, für welche diese Einstellung gelten soll. Prinzipiell ist es absolut empfehlenswert, die Funktion WLAN-Anrufe auf dem iPhone zu aktivieren. Wenn du zum Beispiel in Gebäuden mit dicken Wänden bist, die das Signal abschwächen, kann dein iPhone mit dieser Funktion stattdessen eine bestehende WLAN-Verbindung zum Telefonieren nutzen. Das geht automatisch, du musst dich um nichts kümmern. Aber dazu muss die WLAN-Verbindung auch funktionieren. Bist du mit einem Netzwerk verbunden, das keinen Datentransfer ermöglicht, das ist mir wegen Störungen schon im WLAN zu Hause passiert, dann kann die WLAN-Anruffunktion auch kontraproduktiv sein. In dem Fall schaltest du lieber vorübergehend WLAN im Kontrollzentrum aus. Nun optimieren wir die eigentliche Mobilfunk-Verbindung. Wenn du das Kontrollzentrum aufrufst, erkennst du oben an den Balken die Signalstärke der in meinem Fall zwei SIMs und über welchen Provider sie aktuell mit dem Mobilfunknetz verbunden sind. Sowohl bei Freenet als auch bei SIM.de habe ich drei Balken. Nicht schlecht, aber da geht mehr. Dazu gehen wir in den iPhone-Einstellungen zu Mobilfunk. Auch hier muss ich erst wieder entscheiden, für welches SIM ich die Einstellungen ändern möchte. Ich wähle die geschäftliche Nummer, das ist bei mir Freenet. Jetzt tippe ich auf Netzauswahl und deaktiviere den Regler für die automatische Netzauswahl. Das dauert ein wenig, dann werden mir die verfügbaren Anbieter angezeigt. Hier wähle ich erneut meinen Anbieter, also Freenet. Und dann, ein ganz wichtiger Schritt, schalte ich im Kontrollzentrum für ein paar Sekunden den Flugmodus ein. Bei Verlassen des Flugmodus lasse ich WLAN ausgeschaltet, denn ich möchte für diesen Test keine Unterstützung durch WLAN haben. Die Unterbrechung durch den Flugmodus zwingt das iPhone dazu, sich neu mit dem Sendemast zu verbinden. Und wie du siehst, habe ich dadurch nun wieder vier Balken beim Freenet Mobilfunk. Du möchtest Tipps wie diesen in Ruhe auf deinem iPhone oder am Computer nachvollziehen? Dabei hilft dir mein Angebot, das digitale Lernpaket. Damit kannst du dir die Infos aus allen meinen iPhone- und iPad-Videos bequem als PDF herunterladen und genau in deinem Tempo nachvollziehen. Zusätzlich bekommst du jeweils immer einen Link zur Videoplattform Vimeo, auf der du dir das dazugehörende Video ohne YouTube-Werbeunterbrechungen ansehen kannst. Nur noch für ganz wenige Tage läuft mein Jubiläumsrabatt, denn mein YouTube-Kanal hat gerade seinen vierten Geburtstag hinter sich. Und als kleines Geschenk bekommst du das digitale Lernpaket, aktuell 25% günstiger. Also folge dem Link und sichere dir ein Nachschlagewerk, mit dem du alles aus deinem teuren Apple-Gerät herausholst. Was kannst du aber tun, wenn das Ausschalten der automatischen Netzauswahl nicht hilft? Dann empfehle ich dir die folgenden Problembehebungsschritte, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Zunächst einmal könnte deine iPhone-Schutzhülle für den schlechteren Empfang verantwortlich sein. Nehmen sie zuerst einmal ab und schau, ob das Problem weiterhin besteht. Falls das nicht hilft, hilft vielleicht folgendes. Es ist zwar super abgedroschen, wird bei solchen Problemen aber immer wieder gerne vergessen. Starte dein iPhone einmal neu, bevor du irgendetwas anderes versuchst. Denn oft behebt das Aus- und Wiedereinschalten Probleme, die sich beim Dauerbetrieb eingeschlichen haben. Daher solltest du dein iPhone mindestens einmal pro Woche neu starten, um das zu verhindern. Wenn der Neustart auch keinen Erfolg bringt, stelle sicher, dass die Netzbetreiber-Einstellungen auf deinem Gerät aktuell sind. Dazu muss dein iPhone mit WLAN oder dem Mobilfunknetz verbunden sein. Gehe dann in den Einstellungen auf Allgemein und Info. Wenn ein Update deines Netzbetreibers verfügbar ist, wird es dir hier angezeigt und kann installiert werden. Wenn auch das nicht hilft und du eine physische SIM-Karte in deinem iPhone hast, nimm die SIM-Karte einmal aus dem Gerät, reinige sie mit einem Mikrofasertuch und setze sie dann wieder ein. Das kann helfen, falls die Kontakte der Karte verschmutzt sind. Noch immer keinen oder schlechten Empfang? Dann kannst du die Netzwerkeinstellungen deines iPhones zurücksetzen. Dazu gehst du in den Einstellungen zu Allgemein, hier auf iPhone übertragen zurücksetzen, nochmal auf Zurücksetzen und wählst hier Netzwerkeinstellungen. Aber Vorsicht, damit setzt du nicht nur die mobilen Netzwerkeinstellungen zurück, sondern auch alle gespeicherten WLANs und deren Passwörter werden dadurch gelöscht. Wenn alle diese Maßnahmen nicht greifen, könnte es sein, dass ein Defekt an deinem Gerät vorliegt. Um das auszuschließen, solltest du einmal die SIM-Karte eines Freundes in dein iPhone einsetzen. Ist dein Empfang auch dann schlecht, obwohl es eigentlich eine gute Netzabdeckung vor Ort gibt, dann ist dein iPhone vermutlich defekt und du solltest den Apple Kundendienst kontaktieren. Nun weißt du, was du tun kannst, wenn du deine Gesprächspartner nur ganz schlecht verstehst und das nicht an dem liegt, was gesagt wird. Wenn dir der Tipp geholfen hat, dann lass gerne ein Abo da und schau dir dann in diesem Video an, wie du den tatsächlichen Zustand deines iPhone-Akkus ganz bequem ermitteln kannst. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder.